Burger, Pommes, Nuggets, Go! Und damit hallo zu diesem neuen Video und heute ist ein, ja, für mich eigentlich schon ein sehr besonderes Video. Ich habe mich auch extra dafür, ja, gut gekleidet, sage ich mal, denn, ja, es wiederholt sich so ein bisschen, denn McDonalds Deutschland bringt eigentlich jährlich Coca-Cola-Gläser raus und ich habe dieses Jahr wieder alle, ich hatte 2020 alle, ich hatte letztes Jahr alle, jedoch zähle ich das nicht ganz, also, was heißt zähle ich nicht ganz, aber letztes Jahr hatte McDonalds Deutschland nicht ganz so viele Gläser, ich glaube, die hatten zwei, drei, unter anderem eben das, das hier, was hier übrigens gerade hier steht, das war nicht vorbereitet, das 50 Jahre McDonalds Deutschland glas und McDonalds bringt allgemein, ich weiß nicht, wie das genau in anderen Ländern ist, aber ich weiß, dass die McDonalds auch in den USA, glaube ich, in den Niederlanden und so weiter, also in ganz, ganz vielen Ländern dieser Welt auch Coca-Cola-Gläser rausbringt, also quasi mit Coca-Cola kooperiert, kooperiert und die zusammen Gläser rausbringen und ich habe eben die deutschen Gläser, die ich euch jetzt zeigen möchte und ich habe alle, ihr habt es vielleicht im Titel gelesen, ich habe alle Coca-Cola-Gläser aus dem Jahr 2022 und ja, diese möchte ich euch heute zeigen, ich habe hier auch noch so ein paar, ein paar Fries zu liegen, können wir hier noch ein bisschen nebenbei snacken, machen wir uns das Video gemütlich, nehmt euch doch auch was Kleines zu essen, hmm, nice, was habe ich hier noch, Barbecue-Soße hätte ich hier dazu und was habe ich noch, Sour Cream, süß-sauer, Sour Cream, süß-sauer, so, Sour Cream ist meiner Meinung nach der beste Dip, äh, süß-sauer, ist so, ja, ist okay, so Chicken Nuggets ganz nice und der Barbecue auch, das Ganze ist hier auch keine Werbung, ich möchte euch das einfach zeigen, so als, als kleiner Sammler, sage ich mal, und, ähm, ja, nehmen wir es mal, gucken, wie sind die Pommes, hmm, vorne, hmm, hmm, naja, hmm, hmm, schreibt doch in der Zeit gerne mal in die Kommentare, hmm, ob ihr dieses Jahr ein Coca-Cola-Glas erbeutet habt, gestaubt habt, es gibt dieses Jahr sechs Stück, hmm, fünf Stück gibt es normal, zu einem normalen Mac-Menü, nicht Mac-Menü Small, sondern zu dem normalen, und das sechste gibt es das Regenbogenglas, was jetzt übrigens, das ist das dritte Regenbogenglas in der Geschichte meines Erachtens, also, 2019 gab es ja so einen riesigen Hype um diese McDonald's Coca-Cola-Gläser, durch, ähm, einige YouTuber, ne, und, äh, das habe ich übrigens auch, und dieses Glas, ähm, war so ein riesiger Hype, und das hat McDonald's gesehen, und dann haben die 2020 auch eins rausgebracht, habe ich ebenfalls, so, dann letztes Jahr war Ruhe, und jetzt kam wieder ein, äh, ein, ein Regenbogenglas raus, und, äh, wie meine Meinung dazu ist, erfahrt ihr dann auch in dem Video, hmm, hmm, die passen doch ganz gut zu den Pommes. Ich fange jetzt aber mal an, ich schenke mir noch schnell was Kaltes zu trinken ein. Nice. Hmm. Also, fangen wir an, mit dem Glas, das ich auch als erstes hatte, das Pinke, ja, und das gefällt mir ziemlich gut. Was ich, also Pro und Contra, Punkte für die diesjährigen Geläser. Also, cool finde ich, dass jedes einzelne Glas ein anderes Muster hat. Also, hier ist es zum Beispiel geriffelt, bei, ich zeige es jetzt mal direkt, bei dem Aquaglas zum Beispiel, so gepunktet. Das finde ich ganz cool, dass verschiedene Muster vorhanden sind. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich McDonald's dafür, dass es tatsächlich eigentlich hier in Deutschland so einen riesigen Hype hat, diese Gläser, und das seit vielen, vielen Jahren eigentlich. Ich sammle sie jetzt seit zwei, drei Jahren schon ein bisschen doller, aber muss auch nicht, und ich glaube auch nicht, dass ich die die nächsten Jahre auch immer noch weiter sammle, so, dass ich eben alle habe, ne? Sondern immer mal so eins, zwei. Ich finde, das ist eine ganz nette Sache. So. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass da nicht so viel Liebe. Also, mir scheint es so, als wenn da nicht so super viel Liebe drin steckt. Also, ich weiß nicht, irgendwie sehen die Gläser in der letzten Zeit immer öfter gleich aus. Und es gab zum Beispiel auch in anderen Ländern hier, und ich glaube auch hier in Deutschland, schon so Gläser, die so eine Dosenform hatten und so. Das fand ich, wirkte ziemlich cool auf Bildern. Und da finde ich schade, dass ich McDonald's dafür, dass sie so lange Zeit dafür haben, eigentlich so eins rauszuhauen, und auch so viel Umsatz damit wahrscheinlich zusätzlich machen. Ich weiß es nicht. Ein bisschen schade ist dann hier das einzig, ne? Also, diese Gläserformen gab es schon. Das Einzigartige darin eigentlich einfach nur diese Rifflungen und vielleicht die Farbe so ein bisschen ist. Aber gut, was soll man bei Gläsern machen, so prinzipiell? Also, das gefällt mir ziemlich gut. Das habe ich auch als erstes genommen. Das gab es zu meinem ersten Menü. Da habe ich das gewählt. Dann habe ich hier noch das Aquaglas. Gefällt mir auch ganz gut. Gepunktet. Also, Türkis finde ich aber auch nicht super. Also, mein Bruder Franz hatte immer die türkisen, grüße gehen raus, Bro, die türkisen Gläser. Und ich weiß nicht, das finde ich auch nicht so, das finde ich nicht so aussagekräftig. Das ist nicht so super aussagekräftig. Also, da hätte ich mir vielleicht noch ein stärkeres Türkis gewünscht. Das ist, das wird fast durchsichtig. Also, hier in der Kamera sowieso und in echt. Ja, doch, man sieht es, aber er könnte doller sein irgendwie. Hier hinten sind auch nochmal alle gezeigt, aufgelistet. So, dann gibt es das, das Nachtblaue Glas. Auch nicht schlecht. Mit, was ist da? Ja, auch kein wirkliches Muster. Das ist so ein bisschen nicht gesprengelt, aber ich weiß nicht. Finde ich nicht so super toll. Also, Nachtblau hätte ich mir auch noch stärker erwünscht. Ähm, schwarz ist okay. Finde ich aber auch nicht so eine spannende Farbe. Also, ist okay. Also, von den drei Gläsern bin ich nicht so super fasziniert. Das wirkte mir auch am besten, ja, von den fünf. Äh, jetzt von dem Regenbogenglas abgesehen, das, was ich euch gleich zeige. Und gelb hätte ich gar nicht so krass erwartet. 2019 hatte ich auch das gelbe. Und das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Also, das gelbe Glas aus dem Jahr 2020 gefällt mir richtig gut. Also, das finde ich richtig, richtig cool. Was hat das? Das hat auch nochmal so ein Muster, so ein bisschen so curved. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Ihr seht's, wartet. Ich weiß nicht, ob das, ja. Finde ich auch nicht schlecht. Also, das gefällt mir richtig gut. Meine Favoriten sind von den fünf Gläsern die. Und, ähm, die anderen sind okay, würde ich sagen. Und, ähm, wir kommen zum Highlight. Ähm, das übrigens auch wirklich nur App-only. Also, man hat das nur über die App, wenn man die App besaß, bekommen. Und nicht zu nem normalen Mac-Menü, was so, ihr könnt euch ja mal errechnen, was ich hier ungefähr ausgegeben hab. Eins hab ich geschenkt bekommen, weil ich mal länger warten musste. Ähm, also, normal kostet so ein Menü ja so 8,49 Euro, je nachdem, was ihr dazu nehmt. Was ich ganz gerne genommen hab, ist beispielsweise, ja, Leute, hier liegt doch die Verpackung, äh, den Mac-Rip oder auch den Hamburger Royal TS. Auch nicht schlecht. Und, ähm, was ich tatsächlich, ähm, äh, was wollte ich denn sagen? Also, das ist ganz verschieden, ne, was für einen Burger ihr nehmt. Aber ihr seid so bei ungefähr 8,49 Euro, 8,69 Euro. Ähm, zu dem Regenbogenglas, zu diesem, ich zeig's euch gleich, ähm, musste man einen extra Coupon einlösen. Und zwar diesen hier, ich hab das vorbereitet. Für 9,99 Euro. Also, da seid ihr bei einem größeren Preis und, äh, bekommt dafür aber noch einen extra Burger dazu. Also, ihr bekommt, wie gehabt, eine Portion Pommes, äh, ne, 0,5er Softdrink eurer Wahl und, äh, eben zwei Burger. Für 9,99 Euro. Das heißt, ihr wart quasi gezwungen, dann, äh, 10 Euro auszugeben, ne. Aber gut, ähm, und das ist das Glas. Und ich muss sagen, da bin ich echt krass überrascht. Also, als ich das ganz kurz auch in der App gesehen hab, ich zeig euch das nochmal ganz kurz. Jetzt habt ihr auch ungefähr gesehen, wie es sieht, als ich das, äh, wie es aussehen soll. Als ich das gesehen hab, so goldschimmernd irgendwie, so Metall, Metallfarben irgendwie, hab ich gedacht, okay, das ist doch vielleicht so, damit's man so mysteriös macht. Und in echt sieht das dann ein bisschen anders aus. Aber nein, es sieht so aus. Es sieht wirklich so, es hat wirklich solche Metallfarben. Und, oh mein Gott. Also, ich finde, die sehen halt echt, die sehen halt echt krass aus. Also, wenn ihr euch das mal nochmal ganz kurz anguckt, ich versuch's mal hier so drehen. Ich find, das sieht schon ziemlich cool aus. Also, von dem bin ich tatsächlich echt positiv überrascht. Und, ähm, genau. Ich wollte euch das einfach mal mitteilen. Ähm, 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 ich selber bin kein super leidenschaftlicher Sammler, was das angeht. Also, doch schon. Das ist schon so seit 2019. Das Lustige ist, ich sammle die jetzt seitdem dieser YouTube-Hype drum ist. Aber ich hab, äh, die Gläser jetzt nicht angefangen zu sammeln, ähm, weil der ein oder andere YouTuber, liebe Grüße geht raus, ähm, gesagt hat, dass das eine Wertanlage sei oder so. Absolut nicht. Ähm, ich find die halt richtig schick. Ich kann euch die auch nochmal zeigen. Also, ich hab euch in den letzten Jahren ja auch eigentlich meist gezeigt, wenn ich welche gekauft hab. Und wenn's die eben gab und diesen Hype mitgenommen, sag ich mal. Aber, ähm, mein Regal ist hier richtig prallvoll. Also, ich muss echt gucken, wo ich dann demnächst die Gläser, wenn dann nächstes Jahr wieder welche rauskommen, hinstelle. Ähm, ja, genau. So sieht's aus. Ähm, ich sammle die lustigerweise seit 2019, hab davor aber auch schon, wenn's dann zum Beispiel so, Soßenaktionen gab, wo's dann so fertige McDonald's-Soßen zu nem Menü gab oder so, auch schon mitgemacht, als ich noch jünger war. Ähm, ja, genau. Jetzt, jetzt wirkt das vielleicht, als wenn ich so ein riesiger Freak bin. Absolut nicht. Ähm, ich freu mich jetzt auch schon, demnächst wieder zu Burger King gehen zu können und auch, äh, KFC mal wieder zu besuchen. Ich musste hier einige Burger essen und auch ein bisschen, paar Euro da lassen, aber, ähm, mir macht das halt einfach großen Spaß. Genau, ansonsten hab ich auch vor, demnächst noch weitere Sachen zu testen. Ähm, schreibt mir doch gerne mal eure, euer Favorite-Glas in die Kommentare. Macht das mal unbedingt und, ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Na, lasst ein Abo und ein Like da. Fast Ramy Forever. Und, äh, bis dann. Checkt übrigens das Video ab. Das sind die Gläser von 2020. Und das ist auch ein sehr, sehr geiles Video. Also, das, das müsst ihr auch gesehen haben. We'll talk. Danke euch. Ähm, ja, gut. Also, bis dann. Ciao.